So. Ah, nein! Oh, ja, 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 ja. So, der nächste Schatz ist hier beim Augenriff versteckt. Ich hoffe, es ist das richtige Riff. Und wir müssen... Ja, da, da, da sehe ich es schon leuchten. Und wir müssen hier alles wegbomben. Dann gibt es, glaube ich, noch einen Schatz, wenn man alles weggebombt hat. Hui! Und das mache ich nämlich zuerst, bevor ich den Schatz hebe. Ähm, da, äh, da, da, da. So, hoppala. Ah, ah, ah. Da hört man den Schatz schon. Aua! Warte, warte, warte. Ich komme zu dir! Blödi. Aua. Sollte treffen? Danke. Uh! Das treffe ich so. Noch irgendwo welche? Ja, da hinten. Uh! Hoffentlich treffe ich das. Ja! Sonst noch etwas. Dann kann ich jetzt erstmal in aller Ruhe den Schatz hier heben. Ups! Wo habe ich denn meinen Haken? Hoppala. Da, 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 da. Ja, ich werde reich! Mal schauen, wo die... Ah, guck, 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 guck mal. Gucke mal. Da ist der Nächste. Upsi. Ich verbrauche immer Bomben, weil ich A zum Beschleunigen drücke. Na, na. Upsi. Aber getroffen. Komm, das, das kann ich auch mal holen. Ich sehe nichts. War das hier? Nein. Da stelle ich mich halt so hin. Egal. Da. Hallo. Ich weiß genau, dass hier noch welche sind. Dann kriege ich nämlich eine Belohnung. Äh. Genau. Da oben. Ja, toll. Ich weiß aber nicht, ob das nur... Ja, Belohnungen sind, wo ich ganz viel Knete mache. Oder... Ob da auch... Herzteile drin sein können. Das weiß ich gerade gar nicht. Aber hier ist generell immer viel Zeug versteckt. Hoppala. Das war mein Handy. Hoppala. So, da ist die Kiste. Natürlich steht der Wind verkehrt. Das muss ich schnell ändern. Mein Blättchen. Ja. Ja. Was ist hier drin? Oh, noch eine Schatzkarte. Sehr gut. Ja. Weiter geht's. Da fällt mir ein, wo ich gerade hier bin, ich kann noch das Schwerttraining absolvieren. Ja. Das hätte man schon ganz am Anfang machen können. Aber ich habe mal wieder getrödelt. Ich könnte mich dann aber auch mal... Nein, keine Herzen. Echt nicht? Na egal. Ich glaube, das Schwerttraining findet hier unten statt. Da ist er. Da ist er. No, Link, dir geht es also gut. Warum hast du mir die Sache mit Arie verschwiegen? Es war sehr törig, von dir einfach loszuziehen und sie jetzt mit den ganzen Nebenquests so lange warten zu lassen, obwohl sie ist ja wieder zu Hause. Oder ist sie bei den Piraten? Gott, ich habe vergessen, wo sie ist, aber wir haben sie aus der Bastion befreit. Kaum warst du weg, schon hat sich unsere friedliche Insel in einen gefährlichen Ort verwandelt. Aber eines zumindest freut mich, nämlich zu sehen, dass du auf deinen Reisen stärker geworden zu sein scheinst. Es muss sich wohl einiges zugetragen haben. Du siehst, äh, du wirkst so anders und gereift. Ich bin eine Zitrone! Ähm, gut, lass uns gleich die Gelegenheit für eine Übungsstunde ergreifen. Ja, ich bin gewappnet. Ding Dong, Ding Dong. Okay. Ich habe keine Ahnung mehr, wie viele Schläge ich machen muss. Hundertmal, bevor ich dich dreimal treffe. Okay. Haha. Immer mit so ein bisschen Abstand auch, ne? Na? Mist. Ich hätte schnell A drücken hören. Genau. So läuft das nämlich. Nein, 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 nein. Mist. Oh, das ist schwieriger, als es aussieht. Ja, ich sollte immer gucken, dass ich A auch wirklich benutze, wenn er angreift. Oh. Ah, Mist. Die Wand war am Weg. Ich versuch's nochmal. Guck mal. 32 Treffer. Der Mensch wächst an seinen Niederlagen. Das ist auch eine nette Art, um auszudrücken. Du bist Kacke. Wir versuchen's nochmal. Ich bin kein absoluter Anfänger. Wag es nie wieder, das zu sagen. Nein. Okay, Konzentration jetzt. Mann, wieso klappt das denn nicht mit A? So, mitten auf die glatzige Birne. Nein, 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 nein. Ach, Mann. Ja. Genau 100. Ja. Bitte. Ja. Okay, ja, ja, gib. Ja. Ich will's nie wieder tun. Was? Oh nein, ich muss 200 Schläge machen, oder? Ich glaub, es waren 200. Hey. Nee, ich hab grad keine Geduld dafür. Hab's noch ein paar Mal probiert und jetzt langt's mir. Nächstes Mal vielleicht. Bin ich nochmal über die 100 hinausgekommen? Ich bin dafür gerade auch ein bisschen zu hibbelig. Ich wollte ganz unten links zur Insel, also wenn man so auf die Karte schaut. Ähm, das ist in dieser Richtung. Und dort müsste ich den nächsten Schatz bergen können. Genau. Und es ist die sogenannte Hufeiseninsel. Und hier ist ja einiges los. Oh je, hier gibt's auch ne Quest. So, warte. Hier so. Genau. Wow. Hallo? Kommst du mir mal nicht zu nah? Ganz schön unverschämt. Ein silberner Rubierlin. Hier muss ich... Oh nein! Ich erinnere mich. Oh nein, das war so kacke. Ich will das nicht. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Muss ich das machen? Ich will nicht. Wie war das denn nochmal? Ah! Ah, ja. Ich weiß. Upsi. Wo ist denn mein Blättchen? Hier. Wow. Ich muss diese kleinen Dinger rüber ins Loch befördern. Ja, fast. Nein, so nicht. Kann man einfach so machen mit dem Blatt, ne? Mit der Hoffnung, dass es dann da reingeht. Ich werde auch noch abgeschossen nebenbei. Genau. Dann geht das da durch und die Ranken gehen weg. So war das. Überall krauchen Gegner um mich herum. Das ist gar nicht ätzend. Los! Ach, der Wind spielt auch eine Rolle, glaube ich. Also muss ich hier die Richtung nennen. Ich glaube, das hat eine Rolle gespielt. Hallo! Was soll der Mist? Schön da hoch. Genau. Ah, weiter. Nein! Wie gemein! Warte mal. Ich kann die doch einfach aufheben. Dann rüberwerfen. Ist, glaube ich, ein bisschen... Ein bisschen einfacher. Ah! Der war drin. Ein bisschen einfacher, als nur das Blatt zu benutzen. Hallo! Ach, ihr wart das. Da habe ich jetzt eigentlich keine Lust drauf. Ah! Aber... Äh... Moment. Mh... Bumerang war das, ne? Genau! Genau! Nee! Nein! Warum rollt er so komisch? Immerhin ist er jetzt wieder tagsüber. Ja! Und dann erscheint eine Kiste da. So ätzend war das jetzt gar nicht. Aber gut. Die Gegner hier nerven mich nur ein bisschen. So, ein Loch. Nee, ich wollte darüber. Aber hier ist ein Loch. Ah! Was passiert denn hier? Ja, Hilfe! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Was ist denn mit dir los? Nein, 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 nein. Ach, geht weg. Geht weg. Mal sehen, was es hier gibt. Geh weg. Hab ich nicht gesagt, ihr sollt weggehen. Na mal. Kurz dürft ihr an mir kleben bleiben. Ihr seid nämlich irgendwie niedlich. Eine neue Karte. Wir sind ja gerade auf Schatzkartensuche und so. Okay. Das war es hier aber auch, ne? Gut. Kommt mit mir! Ihr seid meine neuen Haustiere! Na, vielleicht doch nicht. Einmal die Windrichtung kurz ändern. Ja, so ist gut. Dann schnapp ich mir nämlich die Kiste. So. So. Ah, nein! Uh! Oh, ja, 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 ja. Hahaha. Alter. So nicht! Ist das klar? Noch eine Karte! So, ich schau kurz mal, welche das sein könnte. Hier ist nämlich noch eine Karte nicht geöffnet. Das sieht aus wie das westliche Feenkordial, glaube ich. Ja. Dann schippe ich mal kurz dahin. Und ich kontrolliere noch gut meine Karte hier. Hör auf zu schießen! Ja, es ist das westliche. Da fahr ich jetzt hin. Ja! Ach ja! Hier wollte ich ja auch noch mal kurz hin. Wegen diesem Eingang, ne? Der genau da ist. Ich zeige mit dem Finger drauf, aber das siehst du nicht. Daher kann ich das auch stecken lassen. Ich weiß mittlerweile auch nicht, bei welcher Folge wir hier gerade sind. Weil ich so viel schneiden muss. So, der Wind steht gut. Rüber da. Genau diesen Vorsprung, da meine ich. Ah! Wie cool, Mann! Da war einfach mal ein Herzzell drin. Super! Ich schwimme mal zurück. Und direkt ein Feld über dieser Insel ist das westliche Feenkordial. Wo ich ja jetzt auch hin muss. Wegen der Karte. Genau. So, schwimmen, schwimmen, schwimmen. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Der Blöck! Der Arme. Ist ja fast einmal trinken. So. Ähm. Genau. Hier nebenan ist noch das Dreiaugengriff. Das könnten wir unterwegs auch mal in Angriff nehmen. Und hier zu ihrer Rechten sehen sie das Feenkordial. Genau. Ich rüste mich schon mal aus. Mit den mutigen Sachen. Und dann geht's los. Das dauert immer so lange. Und dabei habe ich schon das schnelle Segel. Aber ich sehe jetzt nicht einen hier zu schneiden. Hecht auf. Manchmal. Ach, Mann. Wenn es so kurze Übergänge sind, dann kann man das mal machen. So. Als nächstes schalte ich dich, nerviges Ding, aus. So. Alles klar. Sonst noch jemand? Ja. Hier hinten nämlich. Ah, die bewegen sich auch noch so toll. Hier. Habe ich dich. Brauchst gar nicht abhauen. Gut. Äh. So. So. Wie das hier auch direkt... Aua. Direkt gewittert, ne? Nicht schön. Ich finde es schön, dass es auch genügt, in der Nähe zu treffen. Naja. Fast. So. Hier so. Ja, schon besser. Jetzt du noch und dann müsste ich es haben, oder? Da oben soll ich hin. Okay. Gibt es hier eigentlich... Eine... Oh. Ich habe hier noch ein paar ungeöffnete Schatzkarten. Einen Schatz. Ich öffne noch ein paar Karten, die ich so gefunden habe im Laufe der Zeit. Aber es sieht nicht so aus. Also, das ist... Nee, das ist die Geisterschiffkarte. Die brauchen wir ja jetzt gar nicht. So, überhaupt nicht. Genau. Äh, wie komme ich jetzt da hoch? Genau, ich muss wieder... Hier hin. Und dann mit dem Blatt rüberfliegen, dass ich mir auch gleich erst wieder ausrüsten muss. Und so weiter. Halt! Stopp, 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 stopp. Und das Blatt rüste ich. Geh mal. So. Da aus. Wo ist denn die Kiste gelandet? Da ganz hinten. Na toll. Wenn mich nicht alles täuscht, ist da jetzt noch eine Karte drin. Oder? Ja. Noch eine Karte. Äh, was ein Unterfangen, Leute. Was ein Unterfangen. Aber nun geht es endlich zum westlichen Feenkordial. Ui! So, da ist es. Und da erscheint die Säule. Genau. Und stopp. Mist. Ich muss mich noch ein bisschen drehen. Ich glaube, hier so. Genau. Herzteil oder Rubine? Herzteil oder Rubine? Herzteil oder noch eine Schatzkarte? Rubine. Schade! Schade. 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 So, die nächste Karte wäre dann wieder ein Augengriff. Und das sieht ganz wie das Fünf-Augen-Riff aus. Ich weiß gerade gar nicht, wo das ist. Ne, was mache ich denn da? So, Fünf-Augen-Riff. Warte mal. Ich schaue kurz mal. Fünf-Augen-Riff ist nördlich vom Präludien. So, ja? Sollte ja nicht allzu weit weg sein. Und dann spare ich mir wieder einen Crouch. Norden. 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 Da ist der Augengriff. Da. War gerade das Segel davor. Sorry. Und man sieht hier immer so schön Sternenbilder. Oder manchmal. Da ist so ein fetter Stern. Aber ich kann gerade nicht höher loben. Schade. Wäre doch mal schön. So, hier gibt es auch wieder... Oh, nö. Hier gibt es auch wieder ein paar Schätze. Aber was mich interessiert, gibt es nur dort. Geh weg! Ich glaube. Hö, höh. Hö.